Lang'nachos vor, das Sandbrot geht, der Gitarre vor, da hängst du ab zu fliegen, niemand hinterbundert es daß, jemand sein Mutteklein im Klo vergaß. Du bist hier leer und verzerweiligst du genau, wirst du dein Herz hinter deinen Meufel, hinter deine Frau, es ist vital, dass du gelegst hier wirklich alles in deinem Haus. Eine große Herausforderung, einen homosexuellen Travestistar zu spielen, der dann im Stück aus Liebe zu seinem Sohn, wie er ihn nennt, sich dann in einen Mann verwandelt, sich als Mann verkleidet, um dann wieder doch als seine Mutter zu erscheinen, also Spiel im Spiel. Und es stimmt schon, natürlich kann man ein bisschen die Sau rauslassen. Es gibt sehr viel Tanz, sehr viel Show-Nummer. Die Show-Nummer sind sehr aufregend, schon musikalisch. Wir haben auch eine große Ensemble von Balletttänzern und Darstellern, die mitwirken, mehr als sonst. Zuschauer kann sich erwarten, sehr viel Spass. Ergreif den Augenblick, du liebst und liebst die Meer so jung wie heu. Erkenn die schönste Zeit ist heut, ist heut, ist heut. Es hat eine Lebendigkeit, die die Welt ist. sehr toll ist und man möchte die ganze Zeit so mitschunkeln und es gibt dann ein paar Balladen dazu, die zum Tränen berühren, finde ich. Und ich finde es wirklich eine sehr gelungene Musical, auf jeden Fall. Jawab! Untertitelung des ZDF, 2020